Der Original Obergreiner Sound ist so populär geworden, dass man manchmal vergisst, dass er gar nicht aus der Folklore kommt, sondern erschaffen wurde, so wie Glenn Miller seinen Sound erschaffen hat. 30 goldene Schallplatten, eine aus Platin und eine mit Diamanten haben den Erfolg dieses Klangs belohnt. Das Publikum will immer wieder neue Lieder hören. Wir wollen uns jetzt aber auch ein paar der Älteren anhören. Oldies gewissermaßen oder besser gesagt, das Laucho aus dem Nick Evergreens. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020